Schauen im Alltag gibt es immer wieder, wenn irgendjemand mit einem redet und mit zum Punkt kommt über irgendwelche Geschichten, wo man denkt, ich will es gar nicht wissen, aber ich glaube, wie älter man kommt, findet man manchmal so Möglichkeiten zum Beispiel weglaufen. Karin, heute siehst du unhefflich wie du uns. Die Hose, super. Ja, ja, das Dossier habe ich auch schon letzte Woche geschickt. Wirklich, ist alles schon gemacht. Radio-Moderatoren haben nie schlechte Linen. Das ist eine Lugie, weil wenn ich am Montag am Morgen moderieren muss, sagt es mir wirklich viel, aber auch genau nichts. Also geht mir gleich wie häufig unter euch.